wo du hast da hat einer gekämmt ja ich geh da hoch looten da sind Zombies man warte ja das sind Zombies Alter ich wusste gar nicht dass man da hoch kann also überhaupt ich hab's warum nicht bemerkt man ich hab's gar nicht bemerkt dass man dass hier sowas gibt also leider kannst du die Zombies da oben wegschneifen selbstverständlich im Moment muss erst mal die Form eines wegsnipen ja wie ist das da hochgekommen ich hab keine Option da schießt wer? gar nicht wer ist Mendo egal ich scheiß drauf ich kill die du killst du? alright ach so warte mal Sonic du bist doch im Wald kannst du mir mal bitte Holz bringen oh mein Name ist shit hat doch keine Axt dabei warte ich krieg aber keine Option wie ist das hochgekommen komm ich sag jetzt nicht ich hab keine Option ich hab keine Option jetzt sieh jetzt sieh jetzt ja geh hoch geh hoch geh hoch ja und ich hab grad nix an wie den Univon jetzt plötzlich wollen wir gehen ja action cool man hey wow also der also der den SUV hat's entschärft oder wie ist das äh der ist hier hat Plattenreifen ja ja der muss brennen der wurde schon genug glaube ich ja ja der ist schon weg du kannst vorn auf den Motor schießen denn er brennt da ah nein ok doch wir hatten die mehr ganz wir kommen da gerade zum Base gelaufen ich hab einen Green Key ich hab einen Green Key ok wir gucken mal ob der auf ist dann holt alles raus was drin ist und machen kaputt ich schieß wieder ja er hat noch nen Skingear dem Arm mit 17 Schuss ähm Daniel geh mal in die Garage da ist noch der Mongo Mario Scholar oder keine Ahnung wer da ist ja ich komm mir grad nicht einher den der zu nehmen und lauf ich gerade ach da wo läufst du denn hin ey ich kenn mir kurz den SUV ja ey dann ist hier noch einer ja das sind die Reifenblatzen ja ich kenn die Mittleren noch abwohnen da ist noch n da ist noch n da ist noch n da ist noch n wer schießt mich ein bisschen siehst du das Daniel was ja der will ich ja grad loten ich weiß ich weiß das ist ok äh wie ist denn wir wollen nochmal der Code von der hinteren Garage da kommst du mit zum SUV ich logge das mal gucken was da drin ist ja noch nicht ja ich muss hier erstmal den anstüssen loten 082 oder sowas ne was war das nein wo der SUV hä ich bin da ja ok bleib da Stefan wo ist der SUV ähm du musst einfach nur hinterm Berg nein nein wer lernt der wenn er etwas wer lernt da wer irgendetwas das ist ich ich bin ja und zurück zurück und den Punkt der ZOBIE steht aber auch nicht hallo Daniel, lass uns in die Ecke treiben rennt vor Steffen, rennt er hier gerade aufs Vorbruchskraft und nicht rennt wenn du ummachst fällst, dann ist vorbei da kommen nicht ganz schnell viele ZOBIEs auf das ist so unmöglich gehabt, ich würde bei der See da hinten das sind aber alle Reifen ab, so ne? äh, der Code Daniel welcher Code? äh, von den einen ja, Daniel hat gerade die Reste nicht abgeschossen, Daniel, willst du was das gemacht? was denn, Nada, bitte ich mich jetzt nicht stressen, keine Ahnung 1,2 oder so Boah! Daniel, lass du hin! hab ich schon probiert ich krieg gleich voll Aids von euch welcher Bingo, du hast? ah, das, ok, da ist der sorry leg mal eine ZOBIEs auf, jetzt ist ein Zombie ja, Anlock alter Daniel, ey nur am schießen, die Sau da kommen die Märdritte das war's auf jeden Fall, ich hab die Schlüssel für das da oben, nice warte, lock, lock, lock so, was hast du denn? brauchst du den Haus-Zombie? oh, du kleine Fette, ey Jonas, siehst du mich? ey, du willst mich gleich verarschen, der hatte nur ne Mkf 48 mit 12 Max, alter und keine Bandagen ne Bandage für mich, ja ne Bandage für mich, ja hehehe ja, schnau für mich und 16 auch noch genauen äh wir dürfen ich komme wie ist denn jetzt, äh, das Grasentor? nein, wenn jemand für ihn, äh, die leichten Kuglox dabei hat, nimmt bitte mit, ja? hinten was, äh? wohl hier ja lass auf, lass auf, lass auf lass auf, lass auf open door nicht zumachen ja, ist okay nicht zumachen nein, Spaß warte mal warte mal, ich zuhörte an der Dönerbox einfach das ist die Steffen, schätze ich mal ist noch ein, hallo weiß nicht das bin ich da ist ein Bandagen drin da ist ein Bandagen drin das ist ein Bandagen drin vielen Dank für die Blumen vielen Dank, wir lieb von dir ist der Steffen hier? ist der Steffen hier? ich schreit zur Base, ne? Steffen komm her ja ey, ich mach mal den Steakwalk wir müssen jetzt, wollen wir umziehen oder wo ist es? alle Räder versuchen jetzt unsere Base sicherer zu machen willst du mal Rennen gegen mich machen? ey, ganz ehrlich willst du mal Rennen gegen mich machen? wir machen, wir brauchen Turm oder sowas Joni ja komm komm, mach mal Rennen gegen mich ey, Steffen, Steffen als Dach, Steffen, damit keiner landen kann wir brauchen ein, äh, hier Tarnetz, äh, Tarnetz das Dach da kann niemand drauf landen das hat Cranky auch gemacht steffen? ja ähm wer ist da komm hier? weiter weg du brauchst eigentlich nur Holz um Sachen zu bauen, oder? ok, da kommen wir noch ok, ähm ich geh mit der Chainz so jetzt irgendwo farmen, ok? du brauchst ein Ural habt ihr mal Sachen gesteilt, oder was? wir haben kein Ural, richtig? ziemlich ärgerlich natürlich Daniel was ist mein Name? Daniel, äh, äh läuft hier irgendeine Mozi, oder so? was? ich hab ja, ich hab ne Mozi, ja ok kannst du mal bitte, du brauchst mal um mir Antibiotika holen dann ach so, du hast kein Geld ha, der kommt mit oder hast du Geld? komm Daniel, du hast doch bestimmt Geld ich hab kein Geld, ne das seh ich weißt du was, wenn du zubelt hast ha? ich hab meist hin gewechselt, ne, nicht auspassen mein Spiegelabend ist doch mit dem, wo ich am verkaufen bräuchte ich bin der Boss du bist jetzt hör auf, die hier ist weil neben mich zu stellen sorry ja, deswegen sollst du mir, äh, und mitbringen warum soll ich dir Antibiotika holen? weil du ne scheiß Mozi hast Joni, kannst du gerade die Base aufmachen? ey Sonic, kannst du mir, kannst du mir Sachen geben? äh, du bist doch, äh, ein Zombie-Mann du bist doch, äh, ein Zombie-Mann du mir meine Waffe-Mann hä? du mir meine Waffe-Mann du mir meine Waffe-Mann ja, okay, ich bitte mal bist du das? äh, ich, äh, mein Rucksack, ne DMR ich kann ihn alles ja, geht nicht, mach ich kann erst, dass es dir zugreifen wird, bis man also das klappt nicht äh, pass auf, äh, vom 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 also erstmal jetzt ein Blood Paul kaufen und ein Türschloss damit wir das das Ding da in der Mitte zumachen können äh, haben wir noch Baumaterial? dann kaufen wir ein SUV mit dem SUV gehen wir mit Dickzeug farmen dann kriegen wir jede Menge Geld bitte? Joni, lock mal bitte die Türreis welche? die Türreis, äh äh, ich bin das die Südenhaus, oder? ja hast du, haben wir noch den Air Max? ich hab, warte mal, ich hab 930.000, was brauchen wir alles? hm? ich brauch Antibiodekor geh mal in mein Backpack, Sonic ja die stemmen wir einem nur krampfhaft krampfhaft versucht äh, ja glauben halt, oder? hehehe ach so hier nein, ist okay ich hab vier Stück Alter, ich kann mich mit einem Schlag hauen bam Alter, du musst die Übel fertigstehende hehehe hey, die können wiederkommen ne, wer ist noch da? Keita ist noch da ja, sonst sind wir jetzt und sonst sind wir alloften Server, ne? eigentlich ist alles safe kenn dir und mit äh nicht online dann töte mich mal, hallo warte mal, warte ja wo bist du? töte mich mal wo bist du denn? warte, bleib stehen komm her vordertür, vordertür immer hinterher, hinterher, hinterher oh mein Gott nein alter hä? warum krieg ich denn da minus humanity? ja, du hast mich getötet ich bin ein Mensch ja, du bist Zombie ich bin ein Mensch oh, kein Mensch, oh mein so, dann schreibt euch mal eure Fahrräder und fahrt mal los, he? ne, ich mach mal ne mozzi mach du mal ne mozzi und fahrt mal los ab wann kommst du denn jetzt? ein Geldfarm ab 5000 Geldfarm wie viel brauchen wir? wie viel brauchen wir? ja, du kaufst den SUV oder so ein SUV kann ich kaufen ich hab genug Kohle 20.000 alter du hättest du dabei gehabt äh, niemand, ich hab's safe genommen gar das jemand in der Leiche ja, ich bin safe zum Farmen, man halt achso, die haut euch wieder rein da sind doffi da na gut, doffi da auch nicht war schon ein Niveau mal los da, yay äh, habt ihr eigentlich die Leichen äh, das Geld abgenommen? nein alter, bitte, du hustest mich schon wieder an Daniel, was ist los? dann besorgen wir doch an die Bürde gar nein, tu ich jetzt nicht doch Juni, ich hab ne Idee, komm her Juni, ich hab ne Idee schließ mal ab Juni, komm her ich hab ne Idee, wie du heile wirst ich hab ne Idee, wie du heile wirst nein, schließ mal die Tür ab äh, locken bitte schließ jetzt erstmal gar nicht ab jetzt haltet erstmal alle eure Schnauzen ist gelockt so, schlaff mal hier rein vielleicht gehts wieder ich brauch jetzt hallo, ihr fallt jetzt alle los und farmt Geld genau, gut, jetzt ich mach das nicht äh, ich muss mal bitte nicht übers Wasser sagen ich will nicht, dass ich direkt ein Doral kaufen soll? nee nee, der steht aber hier schnell Juni mach einfach hier ok, dann komm jetzt in den SUV mach maß aber höher mit dem SUV fährst du rum vielleicht findest du ja wieder ungelockt sonst bin ich noch gut achso, was soll ich... hä? so, richtig schön so, richtig schön so, ja, 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 ja das brauchen wir denn, holz mit dem SUV oder? ist okay ist okay nein, du, mit dem SUV erstmal dann wieder Geld fahren mit dem SUV und beim Mitfahren kannst du rumfahren und gucken ob du irgendwo ungelockt du Urale findest was du dir mal einfach mitnehmen kann ja, ja, ok da haben wir wieder einen ich pet auch koste Runde ich hab jetzt 170.000 kannst du es in gehen? sleep hier hallo ich hab 162.000 ja Mitch, dann kauf du mal ein Schloss hä? warum sitzt der? keine Ahnung ich kann das gar nicht angieren ich kann das gar nicht angieren ah, jetzt pennt der weil ich glaub ich drin bin guck, wie du chillt, man ah, na ah, na ah, der pennt der noch nicht bei mir was ist denn eigentlich bei dem einen? Cargo? da kommt so die runtergefallen vom Flugzeug supply drop alles mögliche der will nicht pennen, der will nicht pennen pass doch du mal gar nicht ich bin verpackt also dann meine Freunde, ich verschwinde dann mal endlich hä, Sonic, was bist du denn mit deinem Schwanz rum? nein, ich bin der Boss, Mann, was ist von mir? ich bin der 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 kannst du das nochmal abbauen? ah, solide Boss ach so, du kannst ja gar nichts machen ich kann's nur wissen take Luke hier ne, will ich nicht flap 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 Juni, wie kann ich das auch stoppen? weiß ja nicht ich geh nicht um oh, Sonic ey, jetzt macht die Base sicherer jetzt stellt mal macht auf, wenn euch runter spielen, bitte wie kann ich die Base sicherer machen? ihr müsst doch mal zuhören oder ey, sagt doch mal Steffen zu, Alter der Lava hat das irgendwie ungefähr fünfmal gesagt weil allein ich schon zu tun bin ich kauf einen Safe und einen Bloodpull wir brauchen aber noch mindestens drei Schlösser alright und dazu auch noch mobile Fahrzeuge mit denen wir weiter farmen können juhu Mann oh, Sonic, mach doch mal was Junge warum macht er das die ganze Zeit? brechen wir die Beine oder so jetzt geht's doch ja, jetzt geht's, nice Teamplayer online wie viele davon sind andere Spieler? einer drei warte mal, ich guck mal bei dem einen Cargo ob ich bei dem was mitnehmen kann und ein bisschen Kohle farben kann ich kann nicht sleep pack mal ein lass mir irgendwo anders hin was für ein Steil schaue Sie mal irgendwo hin wo wir wirklich AHH! ich werd geboxt wir werd geboxt wir werden geboxt wir werden geboxt wir werden geboxt hier ist ja wirklich einer luck wird fantasier mich weine Bandage Ich bin Combatman ey Im Safe sind auch wirklich Ist mir egal wenn ich hier die Focke Ich spame einen Cargo was, ja das sind eh zu Elbots Ich bin Combatman ey Danke Wussten wir zwei da Juhu Boah ich bin so voll Wie waren die auch Sonntags oder das? Oh mein Gott, brauchen unbedingt Geld Immer noch Daisy Sag dir immer noch Daisy 9365 Nico komm her, äh Juni komm her Focke safe Kannst jetzt drin schlafen Da sitzt man mir erstmal, warum sitzt der? Ich kann schon wieder nicht drin schlafen Was ist das denn? Das geht hundertprozentig nur wenn man es selber aufschlägt Abbauen, mir geben Obwohl, warte mal, wir dürften eigentlich Haben wir nicht noch irgendwo welche? Was ihr dürft ist mal ein bisschen helfen jetzt Kesha is on, ne? Jaja, ganz halt schon Er will immer noch chillen, du rutsch dabei Oh, rutsch doch auf seinen Arsch Steh auf doch ein Stück Scheiße Sonst würde du bist, Mann Geil Er hat auch so'n Bosskind, der riecht voll auf, ne? Und der sitzt nicht wieder hin Und lebt sich wieder hin Und der, der bedingt sich grad wie'n Boss Der bedingt sich Wie ein Boss Da hab ich mich wieder entfackt Mord 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 Ja, wir müssen das schicken holen Ey, ist bei dem einen Kargo, sind wir bei dem einen Kargo-Bots? Stimmt Nein Lass mal ein paar Missionen machen, solange wir allein auf dem Server sind Stimmt mal, Kargo ist ein bisschen missen, genauer mal Nein, da fällt einfach ein Ding runter, du musst einfach warten Ey, lass mal Missions machen, solange wir allein auf dem Server sind Ein bisschen Geld machen, wenn du so jetzt die Produkte machst Genau, schon dabei Mord Mord Oh, ist das nicht schweiß gehen Ja, hab ich nicht wahrscheinlich meinen SUV ist auch im Arsch Ja, Alter Ah, ich hab neue SUV weiter, ich hab neue SUV, wir brauchen vier Räder Alter, das ist aber ein ganz dickes Pack hier, was da liegen Ja, mach das nicht Ja, mach das nicht Ja Ey, Daniel, wenn du's, wenn du's grabben kannst Nimm doch mal mit Ja, ich will nicht schlafen, du Also wenn du's, äh, tauen kannst Wer ist das? Ich hab'n Ding, Kenick Keine Ahnung Wer ist das hier? Das ist Waldemar Waldemar? Ich? Ja, ja Freunde, jetzt kommt auch mal bitte Hier sind viele Dinge BOSS BOSS